Manchmal beneide ich dich, keine Familie, keine Verantwortung, keine Sorgen. Das ist Walter, lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Der schleppt mehr weg als die ganzen Pappenasen hier zusammen. Ihren Namen hätte ich ganz gerne. Beides wird das. Papa! Danke. Ich muss jetzt wirklich gehen. Hören Sie, ich brauche Sie als Zeuge. Die sind anders drauf. Das ist nicht unsere Liga, verstehst du? Das sind kranke Typen. Ich bin Walter. Was hat Sie gestern Abend eigentlich hierher gebracht? Er weiß nicht, dass ich sein Vater bin. Die wollen uns nur hier rauskriegen. Die geben Roland, ihr tränkt nicht das Geld. Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass wir die Letzten sind, die noch hier im Haus wohnen? Der kauft davon billig ein Haus, entmietet es und verkauft es für das Dreifahrer. Ich würde die Männer nicht wiedererkennen. Nicht recht, wenn Sie sagen, was Sie gesehen haben. Was ist los mit dir, alter Mann? Die sind gefährlich. Sie müssen ihr aussehen. Vielleicht verstehen Sie das nicht, aber es geht ja um meine Familie. Sie an meiner Stelle würden das doch auch tun. Sie würden auch nicht einfach gehen. Sie sind ein guter Mensch, Walter. Ich bin kein guter Mensch. Doch. Das sind Sie. Er hat echt... Stattdorzbon